Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Rainbow Six Siege. Nicht die schönste Map, aber immerhin zusammen mit den Daruka, den Megmanus, den X-Leer-AKA, Alex und Koundra. Hallöchen! Hallo! Wann kommen mal wieder die neuen Elite-Skins? Müsste doch jetzt auch wieder so sein, oder nicht? Hm... Weißt du nicht. Wir hatten doch nur gerade, mehr oder weniger gerade erst, oder? Jo. Verfrüchte, das dauert noch. Nächsten Monat müsste die neue Season rauskommen rein theoretisch, oder? Wann, was haben wir? März haben wir, ne? Im März, Februar. Im Februar kam sie erst. Mai müsste erst. Was kommt da? Weiß keiner. Neue Season. Koreaner. Ich... Was kommt dann? Weiß ich nicht. Ich glaub die Polen, oder? Ne, Hongkong. Hongkong? Ganz am Ende. Ah, ok. Schade. Die Map hab ich echt lange nicht gespielt. Ich mag die Map nicht. Ich hab das einmal gespielt und da hab ich nicht wirklich viel davon gesehen. So. Lass die hier mal offen. Okay, geht nicht. Das Fenster wär zu breit. Hm. Alter, was denn los? Was denn los? Ins Weste noch. Boah. Was haben wir überhaupt Bomber? Ja. Gleich mitgekriegt. Einer wurde angeschossen schon. Bitch Drohne down. Ah. Die Bitch Drohne. Und wer wurde angeschossen? Ja, das hat sich angehört wie ein Schuss, aber das war äh, äh, Twitch ne? Ja. Ich fühl mich mal wie so'n Spanner, weil ich dieses Fenster guck an. Das Fenster guck an. Das Fenster guck. Da so alte Hubis, die immer rausgucken mit so'n Kissen. Wir würden nicht hören, wenn die reinkommen, weil es hier nicht Capture ist. Jupp. Aber ich hab Stachel dorthin gelegt. Weit da, stück vorne. Hier geht viel kaputt. Einige Pokale sind schon rausgefallen. Das Fenster. Ah, die Luke hier oben ist auch auf? Holla, da ist einer. Daxe geht down. Bitch Drohne 2 hole ich. Haben die da jemand seinen Arsch ins Gesicht gehalten hat? Links sind auf jeden Fall mehrere. Am Fenster. Ich geh unten raus, Alex. Da ist einer, ja. Oben ist einer. Holy shit. Von wo? Ist drin. Oh, der ist schon drin. Der ist die Treppe runtergesprungen. Ach, der kam auf die Tür durch? Die Tür war oben. Naja, der war jetzt. Oh, okay. Der hat nen Lack gehabt bei mir. Okay. Durch welchen Eingang sind die denn reingekommen? Durch Fenster. Weil der war ja noch zu. Von unten. Ne, oben. Ach, oben sind die reingekommen, okay. Einer ist durchs Fenster und einer war ja anders weiter. Hm. Machen wir es halt jetzt fertig. Ja! Hm 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 hm. Ich hab irgendwie nicht gecheckt, dass oben die Tür offen war und dann sprang der mir irgendwie aufs Kopf. Aufs Kopf. Ja die Frage ist ja, welche Tür oben meinst du? Ähm, in dem Raum, wo auch ne Treppe ist nach unten. Aber da bist du doch selber runtergegangen oder nicht? Jaja, aber ich hab nicht mitbekommen, dass oben die Tür aufgegangen war. Ich hab nur meine Bombe. Oh, klar. Ich check ans Augen. Ich hör hier doch schon was. Ich hör auch in die ganze Zeit Schritte. So schnell wie der und Kamin. Ja, so schnell wie der unten war, müssen die unten sein, genau. Smoke. Okay. Haben alle. Ja, stimmt. Ah, das war's. Okay. Nice. Vorsicht. Cools dabei. Hm hm. Ich will deine Wette darauf eingehen, wer den spielt. Den spielt. Wie ich mich hier immer noch verlaufe, wenn ich hier rauskomme aus der Ecke. Ich kenn mich hier immer noch nicht aus. Ähm. Siehst du, schlimm. Gut. Haches. Unten Richtung A ist auf. Also da, Kaminmäßig. Wo meine Drohne drin war. Oh shit! Kann ich vielleicht gleich markieren, sttech das der Treppe hoch, dann natürlich nicht. Gott hier ist die gesamte Wand offen, holy shit. Kannst du da hinpingen oder kommst nicht ran? Ich kann in der Drohne nicht pingen. Gut, nichts getroffen bis auf dem Team-Target. Mhm. Warte mit meiner... Loi, ach spawnen. Ja, ja, mal gucken. Ist hinten raus noch aber... Ach Loi, das Fenster war auf. Interessant. Wow. Okay. Ja, schwulzt halt, ne? Hier ist auch irgendwo ne Kamera noch, die bin ich weg. Also schwul. Ist einfach oben in den Raum drin. Jetzt gerade zu, da an das Fenster. Wo ist denn die Kamera? Weiter rechts? Ja, da. Ich seh sie nicht. Ne, ich seh die Kamera nicht. Manus, kannst du mal die Kamera wegmachen, sie ist irgendwo da hinten. Vorsicht, Fenster aufgegangen. Prübert ihr auch. Hm, ist lecker. Ja, genau. Es war Krabkorn, der da war. Und noch einer. Manus, kannst du... Weiß nicht, wo die Kam ist. Nein, dem Typen. Also einer war noch auf der ganz anderen Seite. Da musst du relativ nah dran sein an dem. Bei dir rechts jetzt. Ja? Ist das Fenster aufgegangen? Echt? Ja, da ist es. Also da ist es da. Ja, gespottet. Durchgehend. In die Campositions hier auch noch. Rechte Positions? Keine Ahnung. Gute Sagen. Ne. Ist das nicht die Stange von der Kameraverhaltung? Haarschlecken drauf oder da? Null. Einer noch. Komm jetzt. Könntest, genau. Helf mal Dalu, bitte. Ich jetzt mal wieder in meinen Raum. Der ist gegenüber von dem Raum, wo ihr hin müsst, ist der. Ja, genau. Hinter dir so, wir sehen Dalu. Der kann von rechts. Ja. Hat einer meine Kamera noch? Ja. Ja. Entschärfer ist online und aktiviert. Hat irgendwas aufgesprengt? Hier nix mehr. Nehmen wir mal Lämms wieder. Neu. Nice. Schön. Ja. Schön, schön. Und meine Claymore wohl schon kaputt war? Ja. Hast du dir hingelegt? Auf die Bombe? Genau, auf die Bombe, ja. Ja, war ein starker Einsatz, ey. Will ich ja nicht anders, ne. Uh. Eigentlich war es voll nice, weil ich schon in dem Haus war, wo noch alle darin rumgewuselt sind, so zwischen den ganzen Gegner. Mhm. Da dachte ich mir auch, da bist du da in der Kamera noch und rings um dich rum sind eigentlich irgendwelche Gegner und... Oh shit, ja. Und Manus chillt da draußen und analysiert die Blueprints des Hauses und so. Ja, es ist halt mit der Cam echt abfuck gewesen. Irgendwie kein Plan. Aber der Raum... Ist das dasselbe, wo wir eben auch waren? Ne, wir sind oben. Ähm... Der Raum ist eigentlich... Die beiden sind eigentlich ganz gut zu halten, finde ich. Achtung, ein Bomb-Standort ist in Gefahr. Den könnten wir ja... Die Tür können wir ja auflassen, auf jeden Fall, inzwischen. Würde ein Fenster zwischen die Dings setzen? Da, zwischen die Bomben? Äh, können wir machen, ja. Eigentlich? Was? Ja. Können wir machen eigentlich. Luftverdichtung kalibrieren. Bereit. Ich richte die blauen Kameras aus, die muss man dann auch nicht mehr bewegen. Wie blaue Kameras bewegen? Es bringt nichts, sie zu verändern, weil mehr als das kannst du nicht sehen. Da war eine Kamera an der Tür, hier hinten. Normale Kamera. Steckt einer nach unten? Ich weiß nicht, also ich habe keine Ahnung, kann da was von unten kommen? Ja, ich steckt nach unten. Ja, ja. Letcher auf jeden Fall irgendwie. Fenster bei ARF. Ja, hier dieses Seitenfenster. Einer, der von euch in Sicherheit ist, kann ja mal Kameras checken. Ich mach mal. Die sind schon da, wo ich gestorben bin, in den Raum. Ja, oder ich merke es. Gut, merke es auch nicht. Ist jetzt eine... 2A im Endeffekt. Links, genau da lang, da du. Du saust kurz vor, die eine lang gerannt. Ja. Switch Drohne kommt zu uns hoch, Alex. Oder Manus, du könntest die abfangen. Wir sind ja hier in Hecke gekommen. Er hat mich noch einmal getroffen, die Tisch drunter habs aber. Hast du sie ja? Ja. Okay. Achso, wobei, wir haben ja jetzt in Sachsen. Sachse kann Kameras machen, die muss nicht mehr. Siehst du überhaupt hier von unten, was die Treppe hochkommt, Randy? Bei B? Wir haben da eine Kamera davor, ja. Okay. Aber ich weiß halt nicht, ob Sachse die ganze Zeit in der Kamera bleiben kann, weil wir müssen alle gucken rein. Das Fenster da auch? Ja, ja. Das Fenster dort. Ist dadurch noch öff geschlagen. Welches Fenster genau? Schwimmt. Was Alex gerade markiert hat, der Zugang zu... Ja, ja. Hinter der, hinter der Wand. Über der Büscherei da irgendwie. Aufgeschossen. Licht aus. War da eine Kamera? Ja. Von unten, glaub. Alter. Der Typ leckt bei mir übelste Kanne. Irgendwo eine Kamera. Oder? Ist drin, ist drin. Ganz im Magazin reingepunkt. Ja, ja. Einfach sinnlos. Ist da einer? What? Ja, war einer hier am Fenster noch? Ach, auf der Treppe. Genau. In meinem Todespunkt ist ein Treppenhaus. Da ist noch einer. Okay, einer am Fenster hier und einer hinten bei da. Sehr gut. Ich glaub da war linke Seite, Manus. Ja, eine Minute, lass den doch Def reinkommen dann. Oder die beiden. Einmal noch Twitch, die noch lebt. Ich mach die blauen. Ich hab das hier sehr passiv. Ja, okay. Oh, ist okay. Kaminzimmer wird durch einer kommen. Kaminzimmer ist A? Rückseite von dir. Genau da, wo der Rücken ist. Das ist bestimmt kein Fenster geschaffen. Beallt sich jetzt langsam. Ich weiß nicht, wo er hingeht. Ob unten oder oben. Unten ist er. Kaminzimmer unten. Er wird unten reinkommen. In dem Raum, wo ihr seid, Manus. Treppe runter. Er kommt jetzt durch die große Führerstreppe. Manus von da kann ich nicht sehen. Dann wird's wieder weg. Das ist aber nur einer. Echt? Ja, jetzt sind beide. Ja, aber sind weggegangen. Also einer läuft rum. Einer kommt jetzt rein. Und? Ja. 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 Das sind der Diffuser. Das heißt, da muss sie so oder so hin. Da kommst du. Sie will den Diffuser picken. Jetzt gleich. 10 Sekunden übrig. Oh. 8 Sekunden. Geklickt. Grün. Hab extra gewartet, dass du ihn erschießt, Manus. Weiß ich nicht geschossen. Sieht man sogar, glaube ich, jetzt. Ach man. Dann. Hätte man unten den Diffuser platzieren können? Ja. Ne. Ne. Irgendwo auf der Treppe, glaube ich, geht's dann langsam. Aber wo da genau der Punkt ist. Ja, okay. Gut. Das hätten wir sowieso einen Blick gehabt. Ja. Easy. Komisch. Also, so ging's mal. Kann sein, dass es inzwischen gefetched ist, ne? Ja. Ich geh grad zum zweiten bei diesem Map. 2 Kills noch für dich, ne? Oh, ich hab 3. Ja. Stimmt. Stimmt. Ich hab die Runde einen gemacht. Ja, ich auch. Nein, die Bombe auch. Na klar. Sagste auch. Ne, ist das, dass ich da komplett falscher Mensch bin für sowas, ne? Triggert dich das, oder? Null. 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 Peripher. Ja, ja, ne. Ich bin auch in den Gemma gefahren. Na, schönes Bild auf jeden Fall bei dir. Sieht interessant aus. Gründer, du darfst nicht sterben, bitte. Oh, Gott sei Dank, endlich erlöst mich jemand. Hier ist ein Kapkan-Draht. Nicht sterben, das dauert Ewigkeiten zu encoden, wenn man ein Gemma ist. Also zu rendern. Oh, das ist ein fieses Loch, was er da hat. Oh. Holy Shit. Jetzt geht's aber ab hier bei dir. Das war... ...genau so gewollt. Ist das Fenster bei ihm noch zu? Also ist noch ganz einfach das Glas? Ne, ne. Mach jetzt auf. Na lol, ein kleines Zeitfenster. Stimmt ja, da war ja was. Kannst du mir da drüber was erzählen, oder? Hm. Kannst du es drinnen reinschicken? Ich dachte, er wäre ja da drinnen geschwenkt. Oder freundlicher. So. Schuss. Großenrauben kannst du erst mal rein, bis du drin wartest, guck ich gerade aus. Ich bin gespottet, Moment, Moment. Ich bin nix. Ich bin auf der falschen Seite wieder. Ich fahre hier weiter. Denkst du auch gut aus? Ich bin so gut ausgegangen. Wach Mann! Ja, ich wollte... Ich hätte den anderen gehabt. Ich bin zwei im Raum. Der hätte halt Puls gehabt. Das war in dem Raum, wo das Ding geht, ne? Ja, aber er sieht dich jetzt schon. Der liegt hinter der Wand mit Puls. Der weiß ja, wenn du drunter springst. Okay. Wenn du drunter gehst, kann ich dir halt sagen, wenn er kommt, weil meine Drohne liegt dann noch. Okay, dann gehe ich mal rein. Guck wie der Kamera... Also ich hab die Doppeltür, ne? Da muss man schnell gehen. Einen markiere ich dir hier die ganze Zeit. Guck mal, den kannst du im Rücken schießen vielleicht, Alex. Kannst du hochgehen? Geh? Ist er weg. Okay, Achtung, Doppeltür, ich sag dir Bescheid. Der kommt, der kommt, der kommt! Hab ihn. Links ist nix. Also hinter dir ist nix. Ja, aber egal. Ich hab... Ja, nice, nice angesagt. Ich glaub im Raum ist noch einer. Ich hab kein Draht vor euch. Und im A-Raum ist, glaub ich, noch einer. Was ist in dem Raum wohl grad die Drohne rumfuhr? Hey, jetzt kommt! Puls, Pulszone! Ah, fuck. Hatte keine Munition mehr. Ja. Ist immer noch hier. Ist immer noch markiert. Immer noch live. Okay, immer noch. Ja, immer noch. Kommt. Du siehst du sie. Na ja, egal. Manus, du siehst sie, ne? Schieß rum! Rechts von der Ecke. Der war doch safe. Ja. Und dann, go, go! Jetzt kannst du wenigstens reingehen und planten. Er ist halt immer noch bei A. Ja, geh rein. Feil dich. Er kann ganz woanders hergehen. Wir hören ihn nicht mehr und sehen ihn nicht mehr. Wenn dann links. Linke Kante. Ja. Ja, er kommt auch von links. Leute, wie kam er denn um die Ecke bei mir? Voll creepy. Da hat er noch mal einen Sound gemacht. Schön. Da hat er seine 5. Schönes Match. Schöne Waffe sagst du. Ah. Bis zum nächsten Mal.